Steuide? Steuide? Ja, klar! Diese Russin hat 71 cm Schenkel. Diese Gewichtheberin polarisiert. Die Russin, 26, hat Oberschenkel so dick wie ein Medizinball, kann das Gewicht eines ganzen Ponys stemmen und gibt offen zu, ja, ich nehme Steuide. Deshalb nimmt sie nur an Wettkämpfen teil, bei denen das erlaubt ist. Mit 26 Jahren kehrt sie nach einer 18-monatigen Pause wieder zum Profisportkreuzheben zurück und dokumentiert das täglich auf Instagram. Die Muskelfrau fasziniert jetzt schon über 200.000 Abonnenten Tendenz steigend. Die Muskeln